Sansei Ginrin Sorakoi vom Züchter Marosei. Der Koi ist männlich, aber nichtsdestotrotz auf drei Jahre, als er so alt ist, auf 67 cm gewachsen. In seiner Jugend ist er mal unglücklicherweise durch ein Skimmer durch. Jetzt fehlt da oben bei der Rückenflosse ein kleines Stück bzw. ist halt nicht ganz so hoch. Vielleicht sieht man es, aber es fällt eigentlich nicht auf im Teich. Auf jeden Fall für ein Männchen ist der sagenhaft gewachsen.